In diesem kurzen Tutorial möchte ich einmal zeigen, wie man O-Ton so schneiden kann, dass man nicht hört, dass man einen Versprecher rausgeschnitten hat. Ich habe hier eine Beispieldatei mit einem O-Ton von einem Kollegen, der eine Musiksoftware vorstellt, in der er sich versprochen hat und dann neu ansetzt, aber den Satz auch anders weiterspricht, also mit einem anderen Satzaufbau weiterspricht, als er ihn ursprünglich angefangen hat, wo er dann durcheinander gekommen ist. Ich spiele die Datei einfach einmal von vorne ab, dann weiß man, was ich meine. Das Besondere an SonicP ist die einfache Syntax des Programmcodes, die wirklich sehr einfach zu lernen ist. Wer bereits mit Basic oder ähnlichen Programmiersprachen erste Erfahrung gesammelt hat und auch einige Grundbegriffe der Klangsynthese beherrscht, kann sich das ganze Programm an einem Nachmittag aneignen. Und Lehrer finden auf der Webseite des Entwicklers auch verschiedene Unterrichtseinheiten, mit der sie die Software ihren Schülern zeigen können. Das ist meine Rohdatei. Man hört hier, er fängt den Satz an, aneignen, aber auch Lehrer, die für ihre Schüler und macht dann hier wieder weiter und Lehrer finden mit und Lehrer. Jetzt wäre quasi die erste Möglichkeit, die ich machen kann, ist, ich schneide hier, aneignen, aber auch, vor dem aber auch, schneide ich weg und mache dann weiter mit und Lehrer. Rein vom Satzaufbau würde das ja passen. Ich schneide das einmal kurz weg und lösche das raus. Das ist, das ist, schätze ich bis hier, aber auch, genau, das lösche ich jetzt einfach mal und spiele den Teil einmal ab, aneignen und Lehrer finden. Man merkt, aneignen und Lehrer, man hört die Stelle, wo das geschnitten ist, hört man total raus. Das ist also die, die schlechteste Lösung. Jetzt mache ich das einmal rückgängig und ich schneide mal direkt vor dem Wort Lehrer. Und lösche diesen Teil mal raus, das hatte ich mir vorher der Einfachheit schon mal markiert und spiele es nochmal ab. Aneignen, aber auch Lehrer finden. Das funktioniert schon deutlich besser, ich lasse das Wort Lehrer also drin. Jetzt gehe ich nochmal zurück, ich habe jetzt hier das einfach nochmal geöffnet und habe meine Markierung jetzt an eine andere Stelle gesetzt. Diesmal ist meine Markierung genau am Ende des Wortes Lehrer, sowohl vorne, wo er sich verspricht, als auch nachher. Das Teil lösche ich jetzt raus und spiele das nochmal ab. Aneignen, aber auch Lehrer finden. Da hört man jetzt zwischen Lehrer und finden, hört man eine ganz leichte Unsauberkeit. Aneignen, aber auch Lehrer finden. Das hört man also auch ganz leicht. Mein drittes Beispiel und das ist die Version, ist die Möglichkeit, die ich am häufigsten nutze, wenn ich solche Probleme habe, dass ich mitten im Wort schneide. Wenn ich mir jetzt hier mal genau anschaue, was hier drin steckt, dann sehe ich, dass meine Markierung, die ich hier gesetzt habe, dass die mitten im Wort Lehrer ist. Auch Lehrer, die für ihre, also es ist, das Leer ist noch drin und das Ra genau dazwischen ist meine Markierung. Hinten genauso und jetzt nehme ich diesen Teil mal raus. Wo kommt meine Markierung? Jetzt soll ich mich verlaufen. Da ist meine Markierung. Und hier sieht man dieselbe, dasselbe Wellental in der Waveform wie vorne auch. Genau in diesem Wellental will ich schneiden, lösche das weg und jetzt spiele ich es nochmal ab. Aneignen, aber auch Lehrer finden auf der... Da ist jetzt ein leichter Tonhöhenunterschied, weil er ein bisschen anders betont hat. Diese Version und der Schnitt direkt vorm Wort Lehrer funktioniert jetzt in diesem Beispiel am besten. Es funktioniert auf jeden Fall viel, viel besser, als wenn ich da, wo man es rein vom Gefühl erstmal machen würde, schneide, nämlich vor dem Und und das auch ihm wegnehme. Dann hört man den Übergang am deutlichsten.